Yo Leute, Cellworking is back und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal für euch gibt es ein kurzes Video, kein langes Video, da ich euch mal kurz freu, es neues Jahr wünschen wollte. Ich hatte gestern auch eine Batterie angemacht mit 222 Schüsse. Ich wollte es für euch filmen, aber diese Batterie ging zu schnell. Genau in dem Moment, wo ich mein Handy rausgenommen habe um zu filmen, ist sie losgegangen. Also es ist nicht mehr gelohnt, die bisschen zu filmen. Also nochmal an euch alle frohes neues Jahr und danke, dass ihr meine Abonnenten seid. Und nächste Woche wird es wieder ein neues Video geben, wo so eine Top 10 Ranking oder eine Challenge. Gucken wir mal an, dass wir mal Zeit haben, oder wenn ich jemanden finde, der Bock hat auf eine Challenge, dann gibt es eine Challenge. Aber wenn jemand eine Challenge hat, gibt es nicht so eine Top 10 Ranking. Also nochmal frohes neues Jahr und ciao.